Hallo liebe BVB-Fans, wir sind mal wieder in Lissabon. Es geht heute Abend um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Hinspiel gegen Benfica Lissabon. Ich werde natürlich für euch wieder im Einsatz sein, zum Beispiel beim NET Radio. Es ist aber noch etwas Zeit bis zum Anstoß und bis dahin schauen wir uns die wunderschöne Stadt Lissabon etwas genauer an. Einige von euch hatten mich ja gebeten, ihnen eine kleine Botschaft aus Lissabon zukommen zu lassen. Wer weiß, vielleicht seid ihr ja dabei. Schaut die nächsten Tage auf jeden Fall mal in euren Briefkasten. Liebe Claudia, viele Grüße aus Lissabon sendet dir der Nobby. Was für eine tolle Stadt. Torre de Belém, das Castello, die vielen Aufzüge in der Stadt und und und. Das solltest du dir unbedingt mal anschauen. Die Mannschaft und ich sind gestern mit dem Eurowings-Mannschafts-Airbus angereist. Knapp drei Stunden, eigentlich ein Katzensprung. Da lohnt sich schon mal ein verlängertes Wochenende. Für mich heißt es jetzt aber, volle Konzentration auf das Spiel unserer Jungs. Und vielleicht kommen wir bald wieder einmal her. Am besten in der Champions League. Schwarz-gelbe Grüße aus Lissabon, dein Nobby. . Schwarz-gelbe Grüße aus Lissabon. Vielen Dank.